So, und da sind wir wieder einmal nach langer Zeit wieder mal zurück bei Rogue Legacy. Und ja, es ist eine ganze Weile her, ich kam leider nicht zum Aufnehmen, hab momentan privat auch noch ein bisschen, so ein bisschen stressig ist das. Es steht auch demnächst noch ein Umzug an, da weiß ich auch noch nicht, wie das da mit den Videos wird. Aber wird man alles sehen und ja, ich schätze mal, wir machen einfach mal weiter. Wir sind blind, äh, ne Quatsch, äh, weitsichtig, oder? Ja, nein, ich glaube wir sind weitsichtig. Und ähm, dann geht das schon mal los hier, ne? Erstmal hier haben wir eigentlich einen Goldbonus, wir haben einen kleinen Goldbonus, aber, naja. So, das Bild lebt nicht, aber da lohnt sich jetzt nicht so. Doppelsprung haben wir, ich muss mich erstmal wieder reinfinden in das Spiel, weil, Okay, einen Dash haben wir, einen Doppelsprung haben wir. Okay, so. Noll. Muss man sich erstmal wieder... Ah, ich hasse diese... Wieso können die die eigentlich durch Wände schießen? Und wir machen 58 Schaden, ich weiß gar nicht, was für eine Klasse wir gerade sind. So. Halt die Fresse und sterb. Ähm, ich werde allgemein den nächsten Tagen noch ein paar Projekte beenden, beziehungsweise weiterführen. Äh, Plants vs. Zombies. Ähm, The Walking Dead werde ich weitermachen. Ich bin momentan ein bisschen dran, einfach mal das alles zu beenden, was ich angefangen habe, aber irgendwie nie fortgeführt habe, so. Damit ich, ähm, mich irgendwann auch mal auf neue Projekte konzentrieren kann und nicht irgendwie sagen muss, ey, du hast da ja noch was nicht beendet und jetzt fängst du schon was Neues an und... Naja, und so weiter, ne. Ähm, deswegen wird außerplanmäßig wahrscheinlich... Oder vielleicht trage ich es aber in den Plan mit ein, keine Ahnung. Kann den ja wöchentlich ändern. Ähm, aber das wird man dann alles erst sehen, wenn ich... Ja, soweit bin, ne. So, hier das Tod. Gold, mein Gold, alles meins. So, ähm, ja. Wie gesagt, das ist dann alles später. Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn lang? Nach oben. Na komm, dann dashen wir hier mal durch. Das ist doch viel schneller, so. Und, ähm, ja, Rogue Legacy ist... Ich glaube, bei meiner Spieltechnik würde es auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir in diesem Spiel irgendwann mal das erreicht haben. Ähm, beziehungsweise, pff, wenn es fertig durchspielen, würde ich noch gar nicht denken. Aber, naja, da... Wurde man dann... Aua. Stupid. Das wird man dann sehen. Da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen, würde ich sagen. Ich denke mal, ich mache so ein Projekt, äh, immer erst fertig, oder... Pff, keine Ahnung. Ich kann es ja alles nacheinander aufnehmen. Und dann irgendwie... Ach, keine Ahnung, ich glaube schon wieder, scheiße. Ähm. Oh, was ist das denn? Ein Busraum. Mhm, 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 mhm. Gold, Gold haben wir eigentlich auch schon wieder ein bisschen was gesammelt. Huch. Ich würde mir den nächsten Goldbonus gerne irgendwie kaufen. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir haben eigentlich volles Leben. Zack. HP kriegen wir ja auch wieder... Aua. HP kriegen wir ja auch wieder zurück, wenn wir Gegner töten. Fällt mir gerade so auf. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Vampirismus-Rune eingesetzt haben. Kann ich mich gar nicht erinnern. So. So. Ähm. Naja. Ah, je. Nee. Oder doch? Lass uns mal das Anrufsmuster gerade... Ähm, mhm. Wie halt fliegen die denn? Hier unten stehe. Mh. Okay. Nein! Oh, verdammt. Naja, gut, egal. Egal. Wir haben es versucht. Die fand ich ganz gut. Ich bin besser geworden, auch wenn ich nicht gespielt habe. Es ist wahrscheinlich... Äh. Hm. Okay. So, wir sind schon gefährlich hier. Ja, toll. Dankeschön. Nein. Okay. Wow, das war knapp. Das war ja ein bisschen doof. Okay. Du tot, du, du. Hm, hm, hm. Stupid. Wie kann das denn noch leben? Ich habe das doch tot gehauen. So. Auwa. Oh, diese Mini-Magier, ne? So. Und gebracht hat es uns auch nichts. Außer den Tod. Oh. 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 Gefährlich. Gefährlich. Hier geht es hoch in den Turm. Da möchte ich eigentlich nicht hin. Hm. Wo können wir uns denn mal hin teleportieren? Geht das nicht hier runter? Hä? Lol. Jetzt bin ich da oben. Wieso komme ich denn nicht an den Teleporter da unten? In der Mitte da. Ach, egal. Mach ich da hin. Gehen wir halt so lang. Oh, hier geht es ja noch runter. Ach ne, da will ich ja nicht hin. Hm. Lol. Ich will dann anfangen wieder. Und dann eventuell in den Wald? Oder? Keine Ahnung. So, hier müssen wir hoch, ne? Ja. Hier haben wir auch noch einen Raum. Ich... Ich... Vollidiot. Ich... Vollidiot. Okay. Tot. Erstmal. Aua. Scheiße. Das sieht mir so unecht aus, aber ist es nicht. Okay. So viel Zeug in dem Raum. Bam, bam, bam. Gut, ein bisschen Gold noch gesammelt. 1500 Gold ist... Ja. Kann ich nie... Wow. Geht das hier durch? Nee, ne? Gut. Kurz am... Hm. Okay. Das ist ja... Hochinteressant. So. Okay. Nice. So, bitte schieß. Dankeschön. So, haben wir das. Hm. Du bist tot. Du bist nicht tot. Wow. Du schießt ja. Hab ich ja ganz vergessen. Oha. Diese Dinger schießen natürlich auch. Au. Mitten ins Gesicht. Oh. Eismagier. Leckt mich. Kann ich doch treffen. Also. Spiel, verarsch mich nicht, bitte. Huch. So. Ach, wenn ich euch... Von nah... Von nahen nicht so gut sehen kann. Ich treffe euch trotzdem. Zack. Critical. Mh. Tot. Aua. Tot. Wieso? Was schießt denn da unten? Hm. Öh. Woffel. Untot. Untot. Boah, das ist ja scheiße. Das ist ja mal mega scheiße. Da kommen wir nicht raus, ohne... Ohne Schaden zu kassieren. So. Nein. Aua. Na ja, das ist, ähm... Ich hoffe, da ist Gold drin. Ja, okay. Für das bisschen Gold hat es sich gelohnt. Es hat sich gelohnt zu sterben. Na ja, wir sind ja noch nicht gestorben. Uh. Wie stehen denn jetzt getroffen? Ach, komm schon. Das ist doch nicht wahr. Scheiße. Bücherregal. Hasse Bücher. So. Okay. Ich weiß schon, warum ich Bücher hasse. Ich hab meine Gründe. So, komm her. Geld ist mein... Pfff. Nö. Nö. Einfach mal nö. Komm schon. Spieß mich bitte nicht auf. Ah, hier geht's in den Wald. In den Wald, in den Wald, in den Wald. Oh, ist das ein Scheiß. Oh, aber nicht getroffen. Geiler. Geil, Geilon. So. Presse halten. Aua. Alter. What the... Okay. So. Ähm... Ich bin fast tot, will ich mal so angemerkt haben. Gehen wir da lang oder da lang? Wir können ja nicht hier lang gehen. Oder... Ich hasse solche Räume. Okay. Wo sind wir hier? Einfach mal so ein Winkelraum. Alles klar. Ah, verdammt. Okay, wir sind gestorben. Passt eigentlich auch ganz gut mit der Folge. Zehn Minuten Folge. Ja, easy. Aber wir haben eigentlich ganz gut abgeräumt. Aber wir können noch den Hero choosen, sozusagen. Ähm, ein Miner, ein Hokage. Mit dem Hokage. Nom, nom, nom. 3700. Ne, gut, okay, das können wir da nicht machen. Aber vielleicht können wir uns eine Gold Rune holen. Äh, Earn your Geological Degree and go from miner to Spelankas. Spelankas. Natürlich auch nicht schlecht. Ich guck mal, ob ich mir so eine schöne Rune hier holen kann. Ob wir sowas schon haben. Ja, haben wir sogar. Coins give more gold. Ähm. Dann haben wir da allerdings kein Doppelsprung mehr. Damage taken from enemies. Multiple Runes. Steck increasing. Wir machen mal grad den. Und dann haben wir zwar kein Doppelsprung mehr. Aber wir können mehr Gold bekommen. Und das ist eigentlich mit Morokage gar nicht mal so schlecht, die Verbindung. Oder mit meiner dann natürlich noch besser. Hm. Hm. Haben wir hier noch was? Wie gesagt, haben wir hier eigentlich keine Musik? Läuft hier keine Musik? Ich weiß, was das ist gar nicht. Silver Limbs. Squabbleh. 25. Was ist das? 28. 18. Nehmen wir mal die. Und dann haben wir eigentlich auch schon ganz gut Gold ausgegeben. Ja, dafür kriegen wir glaube ich nichts mehr, oder? Mal gucken. Nein. Dafür kriegen wir nichts mehr. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hauen wir mit dem Hokage richtig rein. Würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Haut's rein. Macht's gut. Angie glaube ich auch schon mal, nein. Belding.